Was mir auffällt ist, es geht ja um sehr grobe Maschinen aus Stahl, riesige Räder und so weiter. Also das Ganze ist ja in vielfacher Hinsicht so grobmotorisch, möchte man meinen. Aber trotzdem ist doch die Hightech eine Geschichte, die immer eine größere Rolle spielt bei den Produkten. Enttäuscht mich das? Ja, nein, haben Sie recht. Wir haben ja auch einen sehr starken Komponentenbereich bei der Baumarkt. Hier sind nicht nur die OEMs, also die, die die fertigen Produkte an den Markt bringen, sondern eben auch die Komponenten. Und da gibt es ein Schlagwort, Building Information Modeling. Da geht es um die Vernetzung und das spielt natürlich auch bei den Baumaschinen eine Rolle, wenn sie sich eine Baustelle vorstellen. Dann ist es wichtig, das im Vorhinein schon mal durchzusimulieren und zu schauen, welche Geräte brauche ich, was muss wie bewegt werden auf der Baustelle, welches Volumen an Aushub habe ich. Und da kommt eben Building Information Modeling auch zum Tragen, dass man die Information miteinander vernetzt, um im Vorfeld alles simulieren und planen zu können. Und dann am Ende das Zielkosten zu sparen und das ganze Vorhaben schneller abzuwickeln ohne Fehler.